Leute, willkommen zum wahrscheinlich vorletzten oder vielleicht auch drittletzten Part zu NES Remix 2. Wir fangen an mit Deistocky. Yay, ich habe Ewigkeit nicht mehr aufgenommen, ich weiß gar nicht, wie man das spielt. Wo bin ich? Ich bin da. Okay, ich bin da. Ach, ich bin der Dicke. Du hast keine Chance, du. Moment. Moment! Oh, warte, muss ich jetzt sagen. Moment, in welche Richtung muss ich spielen? Ich will ja nicht rummeckern, ich ahne gerade nicht, in welche Richtung ich spielen muss. Schlag dich nie mit den Dicken. Leute, ich bin verwirrt. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt schießen muss. Hey, nein. Bist du wohl. Das ist gerade irgendwie... Was geht hier ab? Schieß auch mal... Was passiert hier? Was? Die Verlängerung geht zu Ende? Okay. Wir sprechen uns ab. Bin ich jetzt die Kanadier oder was? Ich verstehe es nicht. Vor allem... Wisst ihr? Es war einfach niemand ein Tor und niemand hat das Tor getroffen. Ich schieße jetzt einfach aufs Tor. Ja, das zählt für mich. Ach so, schwer ist das gar nicht. Oh Mann. Dafür, dass ich mich in der ersten Runde sublimiert habe. Ja. Das war dann schon ein bisschen bitter, ne? Ich habe einfach nicht gerafft, wo ich hinmüsste. Hallo? Gut. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Es gibt noch ein Spiel. Das ist Metroid. Und das benden wir jetzt auch gegen Mother Brain. Oh. Musik, Mother Brain in den Komma. Ich merke gerade. Na? Ich will gerne die Waffen wechseln. Und hier raus gerne. Ja. Lässt mich hier raus. Ich starte nochmal neu. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, Leute. Das habt ihr nicht gesehen. So. Lass mich mal bitte in Ruhe. Die nervigen Teile. Ja, ja. Komm. Geh kaputt. Ich glaube, das war es, ne? Ja, das war es. Stirb, Mother Brain. Warte, will ich jetzt noch da raus? Nee, ich... Hehehe. Nein! Dankeschön. Oh Gott, wir müssen raus, Leute. Und die Zeit, wie sie einfach abläuft. Ja, Mother Brain besiegt. Und ich glaube, das war eine ganz ekelhafte Geschichte hier. Oh Gott, ich habe so ein bisschen Angst. Allein wegen sowas. Ja, komm. Da brauche ich keine Sorgen haben. Na, da mache ich... Oh Gott. Ich habe immer Angst, dass ich so ein bisschen... Äh... Dass ich hier irgendwie... Ja, schwer zu sagen. Durch diesen komischen... Durch die Screw Attack. Habe ich mir mal so ein bisschen Sorgen, dass ich... runterfalle. Ist das, was ich meine? Oh, wir haben gewonnen. Oh Gott. Geht's schnell? Ja, es geht echt schnell. Vor allem ist das ziemlich weit hoch. Na, es gerade geht's. Na, wir sind am Ende. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Cebis. Oder Ceres. Oder... Ich habe keine Ahnung mehr. Cebit. Hallo. Ich bin Samus. Ich bin ein Typ. Haha. 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 The true peace in space. Haha. Zieh dich aus, verdammt. Und dann enttäuscht die Menschheit. Oder so. Oh nein. Was ist da los? Aber Frauen können die Welt retten. Lalalala. Hallo? Ich trage hier pink, aber später trage ich blau, weil blau viel schöner aussieht bei meinem kacklen Tag. Und ich lasse mir auch die Haare färben im Blond. Und so ähnlich. Gut. Dann wäre das Spiel auch durch. Dann gehen wir jetzt sozusagen in die Zielgerade. Denn wir haben noch Bonus. Und da fehlen uns nur noch 10 Level. Gewinne gegen Luigi. Oh. Da kommt Feuerbälle raus. Okay. Dann habe ich nichts gemacht. Ich dachte schon gerade. Was? Jetzt habe ich... Warum habe ich den gerade verloren? Hä? Ich verstehe es nicht. Oh Gott. Und er läuft automatisch. Und er läuft automatisch. Ich bin nicht gestorben. Nein, nein. Vor allem, wie soll ich das Viech da aus dem Weg räumen? Ich kann nicht zuschlagen. Okay. Dann ist das so ein bisschen... Es bringt sich auch mit mir selber um. Es gibt nur 4 Level. Das macht die Sache jetzt nicht so schwer. Aber ich... Ich stelle mich auch am als Betrunken Link. Ja. Okay. Der größte Gehörd ist eigentlich nur das Viech in der Mitte. Sammel 5 Münzen. Gegen Angry Sun. Ihr weg, Angry Sun. Oh Gott. Darf ich mal bitte? Dankeschön. Das ist gar nicht so schwierig. Fick dich. Ja, ja. Komm. Das ist jetzt... Nein! Und warum kommt da ein verdammter Kugel weh? Ja, okay. Das sollte kein Problem sein irgendwie, wenn ich die Kugel mal gut treffe. Nein. Aua. Einfach mal zuschlagen. Aua. Ja, ich glaube, ich werde... Ich meine... Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich lebe noch. Warum lebe ich noch? Er hat es über Kreuz gesetzt. Diese... Okay. Ich will mit dir das Spiel, was ich nicht verstehe. Ah, man hat nur insgesamt 5 Münzen. Deswegen habe ich bestimmt gerade verloren. Okay. Okay. Die Musik ist so göttlich, Alter. Okay. Spät springen. Ach, dann ist das auch kein Problem. Hab gewonnen. Hehehehe. Okay. Okay, das war auch kein Problem. Ich muss einfach nur gucken, dass ich, äh... Ja. Nicht von der Sonne getroffen werde, weil ich glaube... Dann ist Mist. Ich bin aber auch runtergefallen. Na, ich bin nicht runtergefallen. Das war nur so aus. So. Verdammte Notenblöcke. Dankeschön. Hui. So, und jetzt die Energiekugel und hoffentlich nicht kurz wieder vorm Ende sterben. Denn das habe ich gerade mitgekriegt. So. Von dieser Kugel, wie ich sie dazukomme. Die finde ich irgendwie ein bisschen unfair. So. Nicht überkreuzt. Das ist gut. Aua. Ich meine, es ist doch nicht mal schlimm, dass ich Treffer kriege, ja? Au. Immerhin habe ich eine ganze KP-Anzeige im Gegensatz zu damals. Warum mich das getroffen hat. Ich habe keine Ahnung. Das kann ich verstehen. So. Blöde Energiekugel. Gib auf. Oh, jetzt habe ich sie... Jetzt zahle ich sie ein. Jetzt zahle ich sie ein, dass sie mich immer an der Schule gemobbt hat. Okay, sie hat mich nie gemobbt, aber ich habe sie besiegt. So. Hehehe. Ah, das war sogar gut. Wow. Sogar Regenbogensterne noch. So kurz in den letzten Parts. Das ist gut. Zehn Level noch, Leute. Zehn Level noch. Dann haben wir es geschafft. Fang an mit Dr. Mario. Die Farben ändert sich. Elimieren ihre alle... Fuck. Nicht schon wieder. Äh. Äh, 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 äh. Ja, das war dämlich. Wobei, es geht. Ah. Okay, dann. Bam. Da habe ich mir schon gedacht, dass das kommt. Dann machen wir das weg. Äh. Ja. Wir werden sehen. Kleine Monster. Oh. Ich war dann noch in der Gedanken, dass das das hässliche Viech ist. Egal. Machen wir irgendwie. Ich weiß nur noch nicht wie. Vielleicht mit Fantasie. Das ist so ein Behinderte. Was mache ich da? Ach man. Ja, komm. Wechsel ich mal kurz. Aber nicht in die Farben, bitte. So. Gut. Kannst du mal bitte aufhören, hier Farben zu geben, die ich nicht brauche? Dankeschön. So. Machen wir simpel. Oh je. Gut. Die Viren gehen weg. Das ist kein Problem. Nur zieht sich das übelst lange in die Länge. Okay. Den da drauf. Gut. Ja, es sind noch zwei Pillen. Die könnten wir eigentlich sammeln. Es sei denn natürlich, da wird einer in eine andere Farbe auf einmal. Komm. So, zwei Stück noch. Ich wäre zufrieden, wenn man mir mal bitte eine richtige Farbe geben würde. Weil ich dem nicht abgeneigt bin. Das war knapp. So. Fuck. Ja, das läuft gerade gar nicht. Mist. Wett rot, bitte. Wett rot. Dankeschön. Okay, das hat sich ein bisschen gezogen. Aber ich glaube, das war okay, oder? War es nicht. Ah, das ist bitter. Das ist echt eine bittere Pille. Okay. Die Farbe ändert sich. Wir müssen schneller sein. So. Äh, machen wir so. Ohne lange zu überlegen. Änderlich Farbe. Ja, das ist auch gut. Gut. Äh. Ja, das war schon vorher zu sehen. Das werden wir aber nicht so machen. Wir werden das so machen. Gut. Dann löschen wir die Seite aus. Und dann werden die wieder bunt. Ah, können wir jetzt mal... Nein, verdammt. Es war leider nicht so gewollt. So. Der rote da unten. Machen wir jetzt einfach so. Ähm, Blaugabe. So ein bisschen gucken, wo man die Sachen hin macht. So. Oh, wie schön. Das läuft auf jeden Fall jetzt besser als vorhin. Ja. Wobei das keine kluge Idee war. Das war gar keine gute Idee. Ah, wobei. Es gibt Schlimmeres. Dankeschön. Ah, es gibt echt... Es gibt echt Schlimmeres. Dankeschön. So. Blau. Blau. Rot. Scheißegal. So. Oh Gott. Ich hab schon wieder viel zu lange gezögert mit dieser Scheiße hier. Es hätte auch viel früher beendet werden können. Aber ich bin immer so ungewiss, weil man... Die drehen sich und dann denk ich immer... Scheiß, ich hab's versaut. Möchte ich natürlich nicht. Das ist das Problem. Oh, du Heilige. Oh, du. Heilige. Oh, Mann. Was geht hier ab? Nein. Ich rate jetzt einfach, ne? Ich kann leider nicht... Oh Gott. Oh Gott. So. Wow. So. Danke. Hm. Hm. Kann ich hier eigentlich auch... Ah, das ist nicht gut. Mist. Hier haben wir mal rüber. Danke schön. Ich merke gerade, das Spiel meint gerade irgendwie, mich prägen zu wollen und die alle hinzusetzen. Okay. Das war's, ne? Wow. Das war... Nicht so beängstigend wie damals. Ich hatte damals. Ich hatte damals ein bisschen mehr Angst davor, ne? Ja, damals war es richtig schlimm, Mann, ey. Habe ich das gar nicht hingekriegt. Ich sag schon damals, das war ja noch im Let's Play drin. Ach du je. Ach du je. Ich siege den Warencrate. Was soll das bedeuten? Das war's Spiel. Warum bin ich eigentlich... Aua. Ja, ich würde am liebsten Energie haben, aber das Ding gibt mir keine... Okay. Meine erste Energieeinheit verloren. Geht weg. Ah, ich kann da durchraufen. So. Mal durch. Ich habe Schaden bekommen. Ist das dein Ernst? Ah. Okay. Aua. Meine Energie. Ich fühle gerade, wie ich das nochmal ändern konnte. Dankeschön. Ist das der wahre Crate? Ich glaube, das ist der wahre Crate. Ah, da war nichts mit. Was mache ich da, Leute? Was mache ich da? Ich spiele gerade, als würde ich zum ersten Mal Metroid. Ich spiele in meinem Leben. Wobei ich zugeben muss, er spellt mich da ein bisschen voll. Oh Gott. Ja, machen wir mal einfach so. Ja, das klappt, glaube ich, besser, aber er tötet mich gleich, auf jeden Fall. Wenn ich mal langsam ein bisschen ausweiche. Moin. Moin. Oh ja. Willst du sterben? Du hast erlaubt, mich zu sterben. Oh Gott. Es war's. Goodbye, Samus. Oh, ich bin's in Stücke zerteilt. Ach, Mann. Fall macht einfach genauso viel Schaden wie Crate und geht mir tierisch auf den Senkel. Ach, fickt euch doch. So. Ich bin ja nicht rummeckern, aber ich will die Energie gern haben. Ja. Ja, 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 schon gut. Lasst mich doch in Ruhe, ihr Mistviecher. Dass ich auch so einen Schaden durchkriege. Hä? Was das Teller noch mal da möchte. Ich hab keine Ahnung. So. Ja, komm. Ja, alles. Aua. Ganz nah dran gehen einfach nur. Ja, wobei das auch keine kluge Idee ist. Aber ich treff ihn einfach mehr dadurch. Woher ich auch gleich wieder tot bin, ne? Ja, ja. Oh, ne. Ich hab noch einen an. Stirb. Dankeschön. He, he, he. Er lange konnte nicht mal aushalten. Das wusste ich. Und irgendwie dachte ich mir jetzt... Ja, YOLO. Hui. Das war dann doch schon... Ein bisschen eng. Ich hab den Kraftbalken bekommen. Woher war der? Der Kraftbalken ja jetzt nochmal. Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott. Glitzer Joe oder wie auch immer heißt. Im nächsten Part. Gut. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Im nächsten Part vielleicht. Das Finale. Wer weiß. Wenn wir gut vorhin kommen. Auf jeden Fall. Uns fehlen noch... Sieben Level. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, sieben Level. Ich war gerade überlegen. 14 plus 6 ist aber 20 und nicht plus 7. Aber die 14 müssen wir wieder dazuzählen. Aha. So. Und das im nächsten Part. Wir haben Crait besiegt in dem Part. Das ist gut. Und ja. Die Level scheinen nicht einfach zu werden. Aber trotzdem bedanke ich mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und... Masa la vista. Baby.